Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, ich rühre das Epoxy Tarte an und möchte dieses mal eine Herbstdeko machen. Das ist jetzt ein Projekt von mehreren Tagen gewesen, weil natürlich wie immer, das Epoxy Tarte braucht Geduld, nämlich beim Aushärten. Und ich fange einfach auch nochmal mit den Basics an, Epoxy Tarte besteht ja aus zwei Komponenten, diese zwei Komponenten sind Harz und Hertha. Ich nehme meistens das Resin vor Dekor, da gibt es aber noch ganz viele andere Hersteller, es gibt unterschiedliche Viskositäten. Und da muss man einfach schauen und sich so ein bisschen ausprobieren, womit man ganz gut arbeiten kann. Auch so ein bisschen austesten, welche Effekte möchte man gerne erreichen und dadurch funktioniert das eine mehr, mal weniger und ganz unterschiedlich. Und dann habt ihr eben schon gesehen, ich habe Pigmentpulver genommen und dann gibt es ja auch noch Pigmentpasten, die stehen da auch auf dem Tisch. Alkohol-Inkfarben, dann gibt es flüssige Inks oder generell Farben, ja. Und ja, dementsprechend gibt es da ganz viele Möglichkeiten, sich da einfach so ein bisschen auszutoben. Und ich verspreche euch, würdet ihr mit anfangen, dann würde es mit der Zeit immer, immer mehr werden. Wichtig sind natürlich die Handschuhe und auch eine Maske. Da immer bitte drauf achten und wirklich auch genau kundig machen, wie lange härtet so ein Harz aus, wie lange muss man rühren. Gerade beim Rühren, ich achte immer sehr drauf, dass es wird ja, wenn man es einfüllt, ist es noch gut transparent. Wenn man anfängt zu rühren, wird es so leicht milchig und wenn wirklich alles richtig, richtig schön ist, dann ist es auch wieder transparent. Sehr durchsichtig, es sind keine Schlieren zu sehen und dadurch da immer drauf achten, weil alles, was nicht richtig ordentlich vermischt ist miteinander, das funktioniert auch nicht beim Aushärten. Denn ich setze mir meistens so um die fünf Minuten, je nachdem von der Menge her, was ich anrühre. Und dann funktioniert das meistens immer ganz gut. Bisher, es gab, glaube ich, immer in einer kompletten Epoxy-Tartsphase, bisher, glaube ich, nur ein oder zwei Sachen, die nicht so wirklich gut ausgehärtet sind. Da habe ich irgendwie anscheinend geschlafen. Und, aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Ich habe jetzt mit meinem Projekt, habe ich angefangen mit einem Kerzenhalter oder Teelichthalter. Ich mag Teelichter lieber, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag aber keine Stabherzen zum Beispiel, Stabkerzen, nicht Herzen, weil ich einfach da so ein bisschen Respekt habe, ob mir die vielleicht umfallen, weil die nicht ganz so stabil drauf stehen und das möchte ich natürlich nicht. Und hier habe ich mich dann für so ein herbstliches Rot, also gerade was so Richtung Kürbis eben auch geht, das ist auch die Form, die es betrifft und für mich einfach eine wunderschöne Form, muss ich mal sagen. Also ich hätte es nicht mit gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, okay, mal sehen, ob das so funktioniert. Und, aber es hat gut funktioniert. Als nächstes habe ich mir ein paar Kleinteile genommen. Also ich finde die Form übrigens mega, also sowohl die Kerzenlichtform als auch die Form, die jetzt da liegt, nämlich die blaue, da sind so Blätterformen und ich mag die Form wirklich sehr, sehr gerne, weil die einfach erstmal gut ist von der Qualität her und sich auch wirklich sehr, sehr gut gegossen hat. Und da kann man sich ja total austoben bei den Farben gerade. Entweder unterschiedliche Farben nehmen, einfarbig arbeiten oder das Ganze eben mit transparent nochmal aufgießen, was ich jetzt eben auch bei der Kerzenlichtform genommen habe, dass ich da einfach nochmal transparent drauf gegossen habe. Dann hatte ich den Becher nochmal ausgegossen. Dadurch kommen einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder auch Reaktionen von dem Harz. Das ist die Zauberei eigentlich beim Epoxidharz. Ich mag es sehr, dass man eigentlich oft gar nicht weiß, was da jetzt am besten dann bei rauskommt, wenn man unterschiedliche Farben nimmt. Deswegen, ich habe es jetzt auch bei den kleinen Teilen, habe ich jetzt was Grünliches und dann auch wieder so ein Rot-Orange ganz gerne genommen. Und wie gesagt, ich liebe es einfach. Ich mag diese Formen, ich mag die Farben, die dabei rausgekommen sind. Und ich liebe ja den Herbst sehr. Der Herbst ist einfach was Schönes, wo man sich schön auf der Couch einmummeln kann und sich einfach ganz entspannt sagen kann, ich sitze jetzt hier, ich gönne mir einen Tee. Die Kerzenlichter machen ein schönes Gefühl. Und dadurch ist es einfach was Wunderwunderschönes. Die nächste Form ist auch wieder eine so eine kleine Form, also für Kleinteile. Ich habe relativ viel, das werdet ihr auch beim Ergebnis sehen, relativ viele Kleinteile genommen. Und das passt dann einfach auch ganz gut. Das Video ist ja auch halt ein bisschen länger als sonst. Ich habe es tatsache mit Absicht so ein bisschen länger gelassen. Ganz viel ist halt auch beschleunigt, aber trotzdem eben halt ganz gut noch sichtbar, was es eben für Möglichkeiten gibt. Erstens habe ich diese Herbstdeko verschenkt und diejenigen haben das natürlich selbstverständlich schon bekommen und ich mag die halt unglaublich gerne, sowohl die Beschenkten als auch die Herbstdeko selber. Und ich habe eben gedacht, okay, dann nehmen wir halt das Ganze noch ein bisschen länger auf und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ihr seht schon übrigens im Hintergrund, ich sitze noch im Sommerkleid zu der Zeit. Jetzt ist es mittlerweile ja schon der Herbst so ein bisschen angekommen. Also ich gucke mal, ob ich, ich muss noch schauen, ob ich irgendwie euch alle Formen verlinkt bekomme, damit ihr da im Zweifel euch die noch ganz schnell holen könnt. Ich hatte noch eine kleine Form mit kleinen Pilzen, aber die war für mich, ich kann es nicht mal beschreiben, ich fand es irgendwie sehr kleinteilig, man hätte die nochmal zusammenfügen müssen. Ich fand die nicht so schön geworden und dadurch habe ich die dann jetzt einfach auch bei der Deko selber weggelassen, weil das einfach für mich nicht wirklich passte. Ich habe zum Teil eben auch unterschiedlich, mal habe ich die Farbe schon mit reingemalt in die ganze Form, was ich manchmal wirklich sehr, sehr schön finde. Ich habe es ja gerade bei diesen kleinen, es gibt ja diese Luftblasen, diese Form, wo ich Untersetzer daraus gemacht habe und hier seht ihr, und da habe ich es ja auch immer schon reingemalt gehabt und irgendwie fand ich das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Pilzform, die dort jetzt liegt links, die ist für mich leider nicht so wirklich optimal jetzt. Ich glaube, für andere ist das bestimmt okay, aber ich fand dann, ich hatte dann noch einen größeren Pilz gegossen und der war für mich optimal. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich noch einen zweiten mache, aber den habe ich dann weggelassen und habe dann für mich einfach entschieden, genau so ist es richtig und nicht anders. Ich erzähle euch einfach nochmal ein bisschen was zu meinem Kanal. Wir sind bei über 800, aktuell, wenn ich es gerade spreche, sind wir bei 812. Da gab es irgendwann so einen kleinen Stupser. Ich hatte jetzt wieder ein paar vermehrte Short-Videos hochgeladen und auch normale Videos natürlich, wie sonst auch, aber manchmal kommt dann so ein kleiner Stupser, manchmal gehen halt auch immer wieder einige davon. Was aber auch vollkommen okay ist, ist einfach generell so in der Gesellschaft heutzutage und ich freue mich eigentlich über jeden, der da jetzt irgendwie meinem Kanal folgt, egal in welche Richtung. Ich lade ja unterschiedliche Themen hoch. Ich hatte jetzt angefangen gehabt, ja mit Musik, das war ich 2017, da habe ich meine ersten Videos hochgeladen. Da war ich bei Bands und die habe ich gefilmt und die habe ich dann eben die Auftritte hochgeladen und dann habe ich weitergemacht mit Basteleien. Das fing zu Corona-Zeiten an, so Anfang, Mitte 2020. Mein erstes Bastel-Video müsste, glaube ich, das Seifegießen gewesen sein und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und ich fand es auch sehr schön, wenn ich das gefilmt habe und eben auch gezeigt habe, das kann man basteln, so sieht es aus oder hey, das ist ein Set, das funktioniert ganz gut, weil ich bin ja, ich bin grobmotorisch veranlagt, das gehört einfach mit dazu irgendwie bei mir. Ich bin da nicht so talentiert, dass sich jetzt bei mir die Sachen immer extrem gut aussehen, aber ich mag die Sachen oft, die ich mache und das zeige ich natürlich auch und deswegen sage ich auch manchmal mit so einem zwinkernden Auge, wenn ich das kann, können die anderen das auch. Und das ist für mich dann einfach vollkommen passt es und ja. Und ja, jetzt hatte ich Short-Videos auch hochgeladen, wo ich halt im Urlaub war, ob es das Meer war oder andere Sachen und das heißt, eigentlich mein Kanal besteht aus den Sachen, die mir gefallen, die zu mir und meinem Leben gehören. Auch meine Meerschweinchen werden immer wieder mal gezeigt. Ich habe ja aktuell drei Jungs und habe einen Opi, der ist etwas über sechs mittlerweile. Dann habe ich noch zwei Jungsche, die wären erst ein Jahr alt und ich mag die alle drei. Die sind nicht ganz so harmonisch wie vorher meine zwei anderen, also mein Opi und noch sein Kumpel. Den Kumpel musste ich leider letztes Jahr im Oktober einschläfern lassen, was für mich ganz, ganz schlimm war und ja, dementsprechend bin ich da eigentlich, zeige ich einfach wirklich das, was ich mag, was zu mir in meinem Leben gehört und das Einzige, was ich nicht zeige, ist meine Arbeit und das wird auch so bleiben. Das habe ich bisher noch nie gemacht und werde ich auch nicht tun und das einfach aus dem Grund, dass ich ein bisschen meine Privatsphäre einfach auch behalten möchte. Ich möchte nicht, dass irgendwie jemand weiß, wo ich arbeite. Auch von ehemaligen Arbeitsstellen möchte ich einfach nicht, dass die wissen, wo ich arbeite und das ist für mich einfach ein wichtiger Punkt. Ja. Jetzt habe ich gerade mal ganz kurz die Worte verloren. Genau, ihr seht, ich bleibe meinen sommerlichen Farben bei dieser Herbstdeko selbstverständlich. Wobei es sind so herbstliche Farben, also wie gesagt, so schöne, warme, kuschelige Farben bleibe ich treu. Und wie gesagt, ich liebe sie ja sehr. Und ich mag auch die Formen, die ich da jetzt gerade gieße, also nicht nur die andere Formen, die blaue, die wir vorhin hatten, sondern eben auch andere Farben sind für mich da sehr, sehr schön einfach. Ich liebe sie. So, gleich zeige ich euch schon mal, wie ein Teil davon aus der Form geholt wird. Und einfach, weil das irgendwie, ich glaube, ich kriege das immer nie hin. Es gibt ja viele, die beim Auspacken irgendwo so diese Geräusche da machen. Das kriege ich nicht hin. Und ich weiß, dass es mittlerweile ganz viele auch richtig doof finden. Ich finde das teilweise auch nicht so schön, wenn irgendwie jemand auf Instagram oder so irgendwelche Pakete auspackt und ständig mit diesen Fingernägeln da drauf rumkloppt. Sorry, es nervt. Und das einfach, weil es einfach so, wo ich einfach denke, ey, pack doch einfach aus. Mach doch einfach. Ich bin einfach jemand, der da einfach macht und nicht noch ewig drumherum labert. Und deswegen sind meine Videos meistens auch relativ kurz. Ich will nicht, dass ihr da irgendwo denkt, boah, ist das langweilig. Ich habe wenige längere Videos, die irgendwie länger als 20 Minuten gehen. Diesmal sind sie jetzt ein bisschen länger, das Video jetzt. Aber wie gesagt, das mache ich oft, wenn ich das als Geschenk habe und den Beschenkten dann gerne zeigen will, wie ich es gemacht habe. Und dadurch ist das für mich eine schöne Möglichkeit. Ja, wie gesagt, ich war jetzt gerade im Urlaub, hatte mir ein paar Tage an Ostsee gegönnt. Ich liebe es einfach da. Für mich ist einfach Ostsee, Warnemünde, bin ich unglaublich gerne, weil das für mich einfach ein schöner Ort ist, wo ich mich wohlfühle. Wo ich wie so ein zweites Zuhause, wenn ich jetzt könnte, würde ich genau da jetzt auch arbeiten und einfach mir die Zeit dort gönnen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass ich dort nicht arbeite, einfach weil ich vielleicht sonst das gar nicht mehr zu schätzen weiß. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz gut so. Ja, hier seht ihr, wie gesagt, die Blätter. Ich mag die sehr, die haben jetzt so unterschiedliche Färbungen und es ist unglaublich schön geworden. Hier, wie gesagt, die kleinen Pilze, die sind einfach nicht meins jetzt gewesen. Da sind mir zu viele Einzelteile. Ich hätte es jetzt nicht gewusst, wie ich es am besten zusammenknöseln soll. Und es war einfach nicht passend. Kann man einfach nicht anders sagen. Und es war schade drum, weil ich es mir echt schön vorgestellt habe, aber gut. Ich habe ja letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, hatte ich ja eine Herbstdeko gemacht, auch mit Pilzen. Und aber mit Heißkleber. Und die Art fand ich wirklich, wirklich schön. Hatte ich auch erst überlegt, ob ich die Deko dann so mache. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich glaube, die andere Deko ist einfach mal was anderes jetzt. Und dadurch passt das ganz gut. Und finde ich auch für mich genau passend, genau so das Ganze zu machen. Es gibt übrigens bei, so als Basic noch, bei den Formen gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder kommen die Sachen matt raus, wie jetzt bei der Form hier, oder sie kommen glänzend raus. Und das Matt habe ich festgestellt, das sind meistens die Formen, die zum Beispiel von Fondant, naja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine, geeignet sind. Irgendwie ist meine Zunge heute sehr verknutet. Und dadurch kommen die dann immer relativ matt raus. Was aber auch, die haben halt auch ihren eigenen Charme. Und ja, und die sehen genauso schön aus, wie die, die glänzend sind, halt nur anders. Und ich glaube, die Mischung hat es jetzt auch ganz gut gemacht bei der Deko. Und finde ich sehr, sehr schön. Falls übrigens jemand irgendwie zum Beispiel ein Set sieht, ein DIY-Set, was ich mal ausprobieren soll, ob das wirklich so funktioniert oder so, sagt mir gerne Bescheid. Ich kümmere mich dann drum und schaue dann, dass ich das Ganze dann mal ausprobiere. Ich finde das total spannend, dann immer so eine Sets einfach mal auszuprobieren. Und zu schauen, ob es funktioniert. Ich hatte mal Sets, die haben gar nicht funktioniert. Die fand ich einfach von der Anleitung her unglaublich ungünstig. Die Videos habe ich im Übrigen auch nicht hochgeladen, weil ich nicht negativ darüber sprechen wollte, weil ich teilweise diese Sets nicht mal fertiggestellt bekommen habe. Und ich habe dann nur den Hersteller, beziehungsweise da, wo ich es gekauft habe, darauf hingewiesen, dass doch bitte an der Anleitung nochmal gearbeitet werden soll. Da kam zwar zur Antwort, ja, wir probieren ja immer, dass jeder irgendwie mal ausprobiert, ob die Sets wirklich so funktionieren mit den Anleitungen. Aber wer den ganzen Tag, glaube ich, damit arbeitet, der hat überhaupt nicht mehr den Blick dafür, das Ganze richtig zu machen. Das ist wie, wenn ich hier meine Arbeit mache, ich bin ja Lohnbuchhalter, dann setze ich Dinge voraus, die andere überhaupt nicht wissen können. Und das ist natürlich dann einfach unglaublich schade. Und jetzt habe ich noch eine Form, ich male die auch aus und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung, das auch so zu machen. Da habe ich so einen Goldschimmer mit reingemacht. Das gibt ja diese, ähm, wie heißen sie denn? So eine Farbe, die in mehreren Farben schimmern. und das habe ich, ich fand es für mich die besten Farben, die ich, glaube ich, haben kann. Und dann habe ich noch eine Form mit einem Pilz, der nämlich ein bisschen größer und schöner und stabiler ist. Und den habe ich auch von innen angemalt und fand ich für mich persönlich genau so, nämlich mit Däumchen nach oben. Und die habe ich dann auch noch gegossen und in der kleinen Form, also nicht da, wo der Pilz drin ist, sondern wo der Goldschimmer drin ist, da ist ein Igel drin. Und ich finde den Igel so unglaublich niedlich. Und der passt genauso einfach auch in den Herbst. Nicht anders will man es, glaube ich, haben. Und dadurch passt das, glaube ich, auch ganz gut. Ich glaube, euch wird das Ergebnis genauso überfallen wie mir. Ich weiß, ich labere wieder viel, aber ich hatte es, glaube ich, schon mal vor einer Weile erzählt gehabt. Ich finde keine Musik, die ich reinspielen kann, die nicht eine Lizenz hinterlegt hat irgendwie. Und ich finde es ganz, ganz merkwürdig. Manchmal lade ich Musik runter. Da wird dann angegeben, ist lizenzfrei und kann genutzt werden. Und dann spiele ich die rein und dann kriege ich eine Info. Nein. Sie kann nicht monetarisiert werden. Yippie. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach immer entschieden, ich nehme die Musik einfach raus. Es tut mir dann zwar immer leid für alle, die meinen Sprechen ständig und immer hören müssen. Ich will es aber auch nicht einfach still laufen lassen. Vielleicht könnt ihr ja mir mal eine Hilfe geben und sagen, ja, doch, mach lieber still, bevor wir hier uns irgendwie totlabern. Und, aber ja, wie gesagt, das ist einfach merkwürdig, was manchmal auf YouTube so passiert. Ich habe übrigens zwei von diesen Teelichthaltern jetzt gemacht gehabt, weil ich die eigentlich ganz schön fand. Ich hatte erst überlegt, ob ich vier mache, weil dann kann man die unter Umständen später auch noch als Adventskranz nehmen. Aber irgendwie dachte ich, ein Kürbis und Adventskranz passt irgendwie nicht, oder? Wie seht ihr das? Und Kürbis ist ja irgendwie, was die so vielfältig aussehen können. Und ich habe jetzt auch, weil meine Schweinchen, die waren in Urlaubsbetreuung und die haben Tatsache Kürbis da gegessen. Finde ich total deprimierend, egal was ich denen manchmal hinsetze. Die wollen es nicht. Jetzt habe ich, ich nutze die Chance einfach, sie sind wieder da. Und jetzt nutze ich die Chance, dass ich Kürbis, Pastinacken, Zucchini, Rote Beete habe ich heute nicht bekommen in meinem Laden, aber ich probiere es einfach nochmal aus. Ich hoffe, das funktioniert diesmal. Und ja. So, und als nächstes habe ich das Herzstück. Ich weiß gar nicht, ist es das Herzstück? Ich weiß es gar nicht, aber ich finde es unglaublich schön geworden. Und nehme ich so eine Art Tablett auch in schönen, bräunlichen Herbstfarben. Mit dem Orange logischerweise wieder, das musste da irgendwie mit rein. Das ging gar nicht anders. Ich habe also viele Farben ineinander gemischt. Und wie gesagt, ich fand die einfach so, so schön. Ich mag das Tablett. Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall nochmal gießen. Und mal sehen, welche Farben ich da nehme. Und werdet da bestimmt auch sehen. Ich werde es also wieder euch dabei mitnehmen. Dann werdet ihr es auf jeden Fall nochmal sehen. Und ja, wie gesagt, ich bin immer noch ziemlich baff. Ich habe manchmal einfach immer gedacht, okay, schauen wir mal, wie es wird. Aber es ist einfach echt schön gewonnen. Und ich freue mich darüber sehr. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also die Form kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie hat auch in der Mitte direkt nochmal so einen Stabilisator. Das heißt, da ist so ein Kunststoff drunter, damit sich das Ganze nicht wirbt. Und das Ganze dadurch dann vielleicht irgendwie nicht schön steht dann später. Und alleine dafür ist das schon super. Sonst kriegt man ja einfach eine Form und dann wirbt die sich irgendwie. Und das will, glaube ich, keiner. Wirklich gar keiner. Falls übrigens einer Fragen hat, was ich vielleicht zum Beispiel mal ausprobieren soll. Oder direkt zum Gießen Fragen hat. Ich habe letztens auch, ich kriege immer wieder mal, gerade bei den Blumentrocknen, immer wieder mal eine Frage. Warum, wieso, weshalb, wie kann man es besser machen. Und dadurch, falls ihr da wirklich Fragen habt, keine Scheu. Ich versuche euch so gut wie möglich zu helfen und euch Tipps zu geben. Es ist ja immer nicht ganz so einfach letztendlich, das Gießen. Da gibt es manchmal Effekte, man weiß Dinge nicht. Bei der einen jetzt letztens, die hat wahrscheinlich zu hoch gegossen. Und passiert mir auch, nur so nebenbei. Der eine Teelichthalter, ich glaube, da war ich einfach zu schnell beim Gießen. Und das war dann aber auch, passt jetzt irgendwie trotzdem. Aber ist natürlich trotzdem schade, wenn man dann irgendwie so kleine Bläschen drin hat. Und man nicht so genau weiß, was habe ich denn jetzt falsch gemacht. Manchmal ist es alleine schon beim Rühren ja so viel Bläschen drin, dass man dann einfach nochmal schauen muss. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also da keine Scheu und fragt mich gerne. Ich nehme übrigens auch total gerne mal die Reste. Ich weiß viele, die sagen immer, ah, nicht auskratzen und allem drum und dran. Ich mache es trotzdem. Und ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und weil die Effekte dann einfach immer wieder nochmal anders sind. Und wie gesagt, hier so diesen Bronze-Braun-Ton, ich liebe ihn einfach sehr. Und da sind ja mittlerweile so viele Farben in diesem Tablett letztendlich. Und ich mag diesen Effekt, der dann einfach passiert. Und da keine Scheu, einfach mal ausprobieren. Gerade wer wirklich erstmal anfängt, der probiert gerade einfach mal nur aus. und schaut, was passiert, wenn ich dies und jenes mache, was passiert, wenn das und das. Und wie gesagt, die Gießhöhe ist unglaublich wichtig. Das heißt, da einfach schauen. Meistens ist so eine Gießhöhe von zwei Zentimetern noch gut im Rahmen. Aber alles, was höher ist, ist einfach blöd. Und das ist das Ärgerliche dann manchmal natürlich dran, wenn man später erst feststellt, oh, da hast du wieder zu hoch gekossen. Aber auch aus so vielen Fehlern lernt man. Und man kann natürlich da dann immer wieder nochmal schauen, was kann man vielleicht besser dran machen. Und ich habe auch an jedem Untersetzer immer gefühlt, einfach immer geschaut, was funktioniert da jetzt am besten. Und manche werden richtig toll, andere bin ich nicht ganz so zufrieden und freue mich dann aber trotzdem irgendwie, wie sie geworden sind, weil ich einfach wieder gesehen habe, okay, das hätte ich vielleicht doch anders machen können. Und das Einzige, was ich bisher nicht hinbekommen habe, die, wie heißt sie denn, Sander Rettich, der folge ich auch auf YouTube, die macht immer so schöne Blüten, so eine Blumen, die sie da irgendwie aus Epoxidharz macht. Ich kriege es jetzt einfach nicht hin. Sie nimmt auch ein anderes Harz, das ist richtig. Aber es muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und ja, aber gut, das sollte mir noch nicht vergönnt sein, aber vielleicht brauche ich einfach noch eine Weile. Und ich habe einfach andere Stärken, das Ganze dann so zu machen. Und ja, auch hier sind es übrigens wieder die kleinen Förmchen, die ich da gerade auch mit Resten oder so dann wirklich gieße und freue mich da einfach dann, dass ich halt viel kleine Formen habe, um da einfach so ein bisschen Vielfältigkeit reinzubringen. Ich zeige euch logischerweise nachher noch das Ergebnis. Ich habe extra Fotos auch vorhin gemacht. Und wie gesagt, ich mag das Ergebnis sehr. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann wird das, glaube ich, auch ein ganz, ganz schöner, schönes Beispiel dafür, wie man es gut irgendwie sich was zu Hause hinstellen kann und dafür nutzen kann das Ganze mit dem Epoxidharz. So, wir haben es fast geschafft und ich verabschiede mich schon. Ihr kriegt, wie gesagt, gleich noch die Ergebnisse und wie gesagt, ich hoffe irgendwie gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ergebnis auch gefällt oder einen Kommentar und natürlich ein Abo. Keine Frage, aber wie gesagt, das ist freiwillig. Ich mache es auch für mich und freue mich da einfach drüber, wenn andere mit dabei sind, was ich so mache. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020